so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die silber blüten von feistl feuerwerk sehr schön hergemacht hier auch das back cover und hier die vorderseite ja ganz einfach vorzustellen das sind wie handfontänen von weco nur dass sie einen echt schönen effekt haben und zwar diesen richtigen silber blüten effekt den werdet ihr gleich sehen hier noch mal das feistl logo echt schön hergemacht mit dem grün und den blumen und dann würde ich sagen leute sehen wir uns jetzt beim test der silber blüten wieder bis gleich so jetzt die silber blüten wird es gleich samirapyro in der hand halten hier genau die sind verdammt schön abgehobene samirapyro aber gleich noch ein nein mache ich weg sonst wird angebrannt silber blüten von feistl richtig 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 schön leute kaufe empfehlung so Bis zum nächsten Mal.